Du warst im Park und nicht nur zum Pinkeln. Da war ein Paar, was sich gestritten hat. Und ich bin dazwischen gegangen. Wie dazwischen gegangen? Hast du mit dem Mann gekämpft? Gekämpft, nein. Warum hast du nicht einfach die Polizei gerufen? Ich musste handeln. Der Polizei, unserem Chef, den Kollegen. Allen hättest du erklären müssen, wo du herkommst. Und deiner Frau. Den neuen Oberstaatsanwalt auf Abwägen. Feindlich. Aber nicht das Ende deiner Karriere. Oder? Deine Angst, dass unser kleines, schmerziges Geheimnis auffliegt. Ist das wirklich alles? Hast du zugeschlagen?